Erstmal hätte ich ein super Gefühl und würde mich zurücklehnen und innerlich etwas ruhiger sein, glaube ich. Und so konkret fällt mir jetzt nichts ein. Ich bin eher der Sicherheits- und Sparmensch. Also ich glaube, ich würde mich erst mal zurücklehnen und ein bisschen, ja. Ich würde genau das machen, was ich jetzt mache. Ich würde erst mal weiter studieren, fertig studieren, würde mir dann einen Job suchen, auf die ich Lust hätte. Das Gute ist, ich hätte halt kein Risiko. Das heißt, ich könnte auf jeden Fall das machen, worauf ich Lust hätte. Ja, ich würde nur noch Musik machen. Das mache ich bisher nur nebenbei und dann würde ich das nur machen. Ja, würde sich nicht viel ändern. Also genauso wie jetzt.